Hallo, grüßt euch! Zu einem kleinen, neuen, schildigen Labervideo hier aus der Laberecke. Manche Themen fallen mir hier auf YouTube ja quasi in den Schoß. Wenn ich Kommentare lese, denke ich ab und zu, ja, okay. Und dann steht nicht wirklich mehr dabei, als nur mein Fahrrad hält ohne Wartung 20.000 Kilometer. Das ist keine Seltenheit. Diese schneller, höher, weiter ist in YouTube-Kommentaren sehr, sehr beliebt. Darauf gehe ich heute mal ganz klein ein, aber auch Problemchen entstehen können, weil wenn ich jetzt eine Wartung an einem Fahrrad einfach nicht mache oder nicht relativ zeitnah mache, und ich rede jetzt nicht von übertriebenen kurzen Intervallen, sondern einfach nur eine vernünftige Pflege, dann kann ich mir ein Problem einhandeln, das ist noch bestenfalls, oder ich kann auch ein anderes Problem einhandeln, meinen Bremsenversagen, und ich fahre irgendjemand rein und, naja gut, ist weniger cool für den anderen dann dementsprechend. Auch diese Kommentare aus diesem Mein Fahrrad braucht keine Wartung für 10.000 Kilometer kommt sehr, sehr oft aus den Themen Ich fahre ja einen Riemen und keine Kette, der hält ja viel, viel länger. Das ist richtig. Ein Riemenantrieb, ganz einfach und neutral gesprochen, ist deutlich wartungsärmer als ein Kettenantrieb, auch soweit richtig. Ist aber natürlich nicht für alle Radtypen möglich und auch sinnvoll. Also, wenn wir mal ehrlich sind, habt ihr schon mal ein Rennrad mit Riemenantrieb gesehen? Ich nicht. Und deswegen muss man da auch ein bisschen differenzieren. Deswegen finde ich auch immer cool, mittlerweile geht es ja auch auf Ihrem Kanal in eine gute Richtung, dass viele Kommentare einfach geschrieben werden mit einem kleinen Background dazu. Warum fahre ich das? Wie fahre ich das? Und dass wir uns alle auch klein einstellen können, einen Kommentar bewerten können und auch wissen, wohin gehört. Fangen wir auch mal mit dem Thema an. 10.000 Kilometer ohne Wartung. Für mich ein ganz, ganz gefährliches Thema, weil die Wartung beginnt ja schon im Regelfall beim E-Bike oder beim Bio-Bike, whatever, völlig egal, mit dem täglichen, monatlichen, wöchentlichen Putzen, je nachdem, wie ich es mache, oder mit dem Putzen nach der Ausfahrt. Das ist für mich auch der Punkt, wo ich sage, die Kontrolle ist einfach dann da. Wenn ich mein Fahrrad mal um Montagständer habe im Garten, spüle es mal ab mit Wasser, putze es einfach mal, trockne es danach auch wirklich ab, dann habe ich auch relativ schnell eine Kontrolle über kleine Beschädigungen, weil ich muss es ja noch abtrocknen. Sollte ich es abtrocknen, auch die Reifen mal komplett sauber waschen, gucken, ob irgendwas in den Reifen eingefahren ist, um mir einfach auch irgendwelche Folgefehler in der Zukunft ein ganz klein bisschen vom Hals zu halten. Eine kleine Wäsche, eine kleine Pflege in diese Richtung und dann einfach mal, wenn man eine Kette fährt, einfach das Antriebssystem auch noch mal klein bisschen Ölen pflegen und auch den restlichen Schmodder rausbekommen, macht dann schon irgendwie Sinn. Deswegen beginnt für mich die Wartung schon oftmals bei der wöchentlichen, täglichen, monatlichen, wie auch immer gearteten Wäsche, wo ich einfach mal sagen möchte, ja cool, muss ich auch ein bisschen Rad sauber halten. Soweit diese Geschichte. Aber viel, viel wichtiger, mein Rad hält mir 20.000 Kilometer. Ja, okay. Thema Drehmomente und Schrauben. Alle Schrauben an eurem E-Bike haben ja, oder auf dem Bio-Bike, jetzt völlig neutral gesprochen, haben ja gewisse Drehmomente, wo sie angezogen wurden. Wir reden hier ja auch von Sportgeräten, die auch mal ab und zu ein bisschen gröber herangenommen werden. Dafür werden sie aber auch gemacht. Klar ist ein Verschleiß ein ganz, ganz anderer, ob ich jetzt ein City-Rad, ein SUV-Rad habe oder im Gegenzug ein Mountainbike, mit dem ich dann aktiv in einen Bikepark gehe. Klar ist das Rad im Bikepark mit großen Sprüngen und Co. wesentlich höheren Materialbelastungen ausgesetzt, als dem chilligen SUV-Radfahrer oder City-Radfahrer zur Eisdiele. Das ist auch völlig logisch. Klar, deswegen finde ich immer cool, wenn hinter mehreren Kommentaren auch hinter steht, ein bisschen der Hintergrund, wie einer auch unterwegs ist. Thema Zurückschrauben und Drehmomente. Klar, die muss ich auch einfach mal kontrollieren, dass die auch noch da sind, wo sie einfach hingehören. Das Thema 500-Kilometer-Wartung nach dem ersten Radkauf ist eine ganz, ganz wichtige Wartung, um einfach zu schauen, dass die kompletten Schrauben noch festsitzen. Hat einfach auch Gründe von Lagern. Ihr habt mit dem Rad verschiedene Lager drin. Die sind eingepresst. Wenn so ein Lager noch ein klein bisschen nachrutscht, wird die Schraube lockern. Da muss man einfach noch mal ein klein bisschen nachziehen, dass die auch auf die gewissen Drehmomente einfach hundertprozentig stimmt. Und es muss einfach sein, das kann euch der Bikeshop machen. Gute Bikeshops machen das auch im Regelfall kostenlos. Diese kleinen 500-Kilometer-Wartung. Oder ihr sagt einfach, komm selber, ich gehe mein Rad mal durch und ziehe mal alle Schrauben dementsprechend nach. Das mache ich so alle vier, sechs Wochen, wenn ich mein Rad eh putze. Und gucke mal dann dementsprechend nach, ob die Schrauben auch noch vom Drehmoment alle sauber sitzen. Ich kann aus eigener Erfahrung euch nur sagen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Bolzen während der Fahrt euch rauswandert am Fully und euer Hinterrad plötzlich ein Eigenleben entwickelt. Eine ganz schlechte Idee. Und es sind Dinge, die auch schon zu einer Wartung für mich dazugehören. Und da reden wir einfach nur auch oftmals von Pflege, die sich ein bisschen in den Bereich der Wartung auch hinein begibt. Ein Thema, wo es für mich keine Kompromisse gibt und für mich ganz, ganz klar heißt, ist das Thema Bremsen. Und da reden wir nicht über 20.000 Kilometer. Wiederum auch klar abhängig, fahre ich jetzt auf dem platten Land, habe einen top asphaltierten Radweg und ich fahre jetzt nicht so übertrieben von dem Thema, wo ich jetzt Bremspower brauche. Klar, da habe ich meine Bremsanlage und meine Bremse im Allgemeinen deutlich länger, als bei dem Hardcore-Bikepark-Fahrer, der wirklich die Bremse wirklich aktiv braucht. Oder wie in meinem Fall, irgendwo mittendrin, in einem Schwarzwald. Und ich muss halt mal, um auch in meinem Alltag von A nach B zu kommen, auch mal einen Trail mitnehmen und habe dann auch mal da das Problem, dass ich eventuell da halt auch mal Bremspower einfach brauche. Ich gehe mal von meinem Falle jetzt aus. Hier Schwarzwald. Ich fahre oftmals auf einer Waldautobahn, aber auch in einem Trail, fahre im Regelfall ein Mountainbike. Hält eine Bremse so bei mir im Schnitt, ein Bremsbelagssatz im Schnitt zur Runde 1.000 bis 1.500 Kilometer. Hängt ein bisschen davon ab, von was für einen Belag ich drin habe, ob einen metallischen oder einen organischen, auch klar. Aber da würde ich jetzt keine Kompromisse eingehen, und würde nicht sagen, pauschal ein Bremsbelag hält mir 10.000 Kilometer. Nee, tut er nicht. Der ist nämlich irgendwann runter. Und das ist ein Thema, eigene Sicherheit, aber auch Sicherheit anderer. Wenn ich irgendeinem reinfahre dann damit, dann möchte ich nicht die Probleme haben, die der hat, wo reingefahren ist. Bremsscheiben, genau das Gleiche wiederum. Je nachdem, wie man fährt, kann eine Bremsscheibe auch mal 10.000 Kilometer halten, wenn ich auf einem guten asphaltierten Plattenradweg fahre und kaum Bremspower brauche. Bei mir hält eine Bremsscheibe wiederum in diesem Bereich Schwarzwald. Mountainbike fahren, Alltags fahren, so Runde 4.000 bis 5.000 Kilometer. Und da auch nicht übertreiben, weil das Thema Bremsscheibe hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn die euch bricht während der Fahrt, habt ihr eine Radikalbremsung und liegt da einfach radikal auch auf der Nase. Deswegen, da kann man auch schon mal ein Thema sparen, am falschen Ende sparen. Wenn man sagt, ich spare jetzt an der Bremsscheibe mit, ich mache nur alle 10.000, 20.000 Kilometer überhaupt eine Wartung. Bremsscheibe kontrollieren ist für mich auch der Punkt, der dazugehört am Thema, wenn ich schlichtweg das Rad putze, dann gucke ich mal nach, wie dick ist sie eigentlich noch. Und auf allen Bremsscheiben steht ja auch drauf, definitiv, wie dick diese Bremsscheiben sein müssen, mindestens. Und dieses Maß würde ich nicht wirklich allzu nah rankommen. Ich würde sie eher nur mal ein Zehntel oder zwei Zehntel Millimeter vorher wechseln, bevor diese Mindestgrenze einfach erreicht ist. Wenn man einfach auch Sachen mal vergisst, einfach nicht macht und irgendwann die Probleme einfach vielleicht größer werden könnten. Sie war Bremse, ist kein Thema, was für mich schneller, höher, weiter gehen darf, sondern das ist immer einfach sicherheitsrelevant, vor allem für andere. Und das ist ein Problem an der Sache, wo ich dann immer sehr, sehr vorsichtig bin und auch in vielen Kommentaren und dann immer solche Ausgleichen, geschrieben werden. Ich wechsle meine Bremse erst, wenn sie auf der Metallplatte schleift. Diese Kommentare werde ich nicht hier auf dem Kanal überleben lassen, weil das ist ein Bild, wo in eine falsche Richtung geht. Gehört einfach auch so dazu. Ein Beispiel, was ich hatte erst aus ganz, ganz aktueller Geschichte. Vor einigen Tagen durfte ich wieder hier in Freundstadt mit der Verkehrswacht zusammen einen kleinen E-Bike-Schrauberkurs geben. Immer schöne Kurse, machen echt richtig Bock, um einfach Leute abzuholen, die Basics drauf zu haben, mal einen Reifen zu wechseln im Notfall, um einfach mal die Basics in den Griff zu bekommen. Aber da sage ich auch ein Rat zum Thema Gabel und Dämpfer. Gabel und Dämpfer zu fahren bis an den Anschlag, 20.000, 30.000 Kilometer, naja, sind wir mal vorsichtig. Klar, ich persönlich habe da eine Meinung dazu. Ich werde jetzt kein Dämpfer aus dem Bereich bis so 1.000 Euro und Gabel werde ich jetzt nicht unbedingt alle 200 Stunden zur Wartung einschicken. Das ist meine persönliche Meinung. Das macht irgendwie für mich finanziell dann keinen Sinn. Dann kaufe ich mir lieber nach zwei Jahren mal einen neuen Dämpfer, wenn ich merke, der funktioniert nicht mehr. Nur Dämpfer und Gabel sind ganz hochsensible Teile, wiederum auch abhängig vom Fahrertyp. Wieder der Gravelradfahrer oder Rennradfahrer hat ja gar keinen am Fahrrad. Hingegen der Cityradfahrer, SUVradfahrer hat sowas am Fahrrad und die kann man auch durch Nichtpflegen oder falsches Pflegen deutlich beschädigen. Mein aktueller Fall war eine Gabel, die mit dem Hochdruckreiniger öfters mal gewaschen wurde. So ein Fahrrad ist ja cool. Wird ja super schnell sauber und ich habe dann auch ein zügiges Reinigungsergebnis. Naja gut, man hat halt über die Abstreifringe oben am Dämpfer dementsprechend halt Wasser in den Dämpfer hineingedrückt, was dann zu einer Korrosion führte und dieser Dämpfer oder in dem Fall war es eine Gabel, machte diese Gabel gar nichts mehr, sondern die war einfach nur festgegammelt und kaum bewegbar oder gar nicht mehr beweglich. Dann muss ich sagen, war vielleicht mit dem falschen Putzgerät. Thema Hochdruckreiniger ist ein No-Go zur Bikepflege, weil es halt einfach sämtliches Fett aus allen Lagern rausspült und halt auch in Ritzen reinkommt, wo es nicht hingehört. Ganz, ganz wichtig. So als Notlösung, Hochdruckreiniger im Winter. Hier haben wir mal kurz muss ein Autowaschplatz dann mit genügend Abstand und genügend Sorgsamkeit, aber nicht einfach nur draufhalten. Er hat einfach draufgehalten und dementsprechend war halt der Dämpfer komplett, oder die Gabel war es ja, komplett festgegammelt und verrostet und die hat sich gar nicht mehr bewegt. Ist natürlich das Problem, wenn die Gabel dann reinrutscht und die war jetzt irgendwie so auf einer Höhe fest von einer 100 Millimeter Federweg und die rutscht auf einmal komplett nach unten durch, dann kann das auch so einen bösen Ableger führen. Weniger schön für den Fahrer. Deswegen Pflege von Dämpfer und Gabeln macht irgendwie Sinn. Oder auch mal eine Kontrolle, funktionieren die überhaupt noch vernünftig? Ist noch genügend Druck drauf? Und da reden wir nicht von 10.000 Kilometer plus, sondern Dämpfer und Fahrwerkseinstellungen. Das sollte ich schon mal machen. Immer wieder mal, um auch mein Fahrstil, mein persönliches Vorlieben, mein Fahrverhalten einfach auch auf mein Fahrwerk ein ganz klein bisschen einzustellen. Thema Ergonomie, das ist auch nicht ganz verkehrt an der Stelle, da ein klein bisschen drauf zu achten. Dämpfer und Gabel, ganz wichtig, müssten eigentlich alle x Betriebsstunden zum Service eingeschickt werden. Und x ist relativ wenig. Das sind bei manchen Dämpfersystemen oder Gabelsystemen in Runde 200 Betriebsstunden. Wenn ihr ehrlich seid, wie es jetzt in meinem Fall ist, und ich fahre jetzt im Jahr so circa 10.000, 12.000 Kilometer, sowohl SUV als auch klassisches EMTB, da muss man aber halt sagen, dann hat man halt auch mal zügig die Zahl hoch. In 6-8 Wochen ist Thema erreicht. Schickt ihr die Gabel dann alle 6-8 Wochen ein? In meinem Falle nein. Sondern ich sage dann wirklich, ich kontrolliere die Sache, pass auf sie auf und mache dann halt nach 1, 2, 3 Jahren eine neue Gabel rein. Für alle die, die aber wirklich aktiv in den Bikepark gehen, dieses Rad immer wirklich einen Anschlag fordern, dann wirklich ganz klar sagen, die Gabel muss bis zum Service, damit auch die Sicherheit einfach da ist und man dann halt auch nicht sich mal finanzlegt, wenn das Ding einfach mal durchbricht und irgendwas kaputt geht. Deswegen Dämpfer und Gabel, Betriebsstunden oder Thema hält mir 20.000 Kilometer, das mag sie halten. Wenn sie festgammelt, ist ja alles gut, dann hat man das Problem nicht mehr, dann macht die auch keine Arbeit mehr. Die Vario-Stütze, wenn ich sie drauf habe auf dem Rad, genau das gleiche auch wie Dämpfer und Gabel, die muss eine Wartung bekommen, nur an der Vario-Sattelstütze merkt ihr es relativ schnell, wenn die Probleme macht, dann geht sie nämlich irgendwann gar nicht mehr oder sackt automatisch ein, weil es ist ja eigentlich nur ein Bürostuhl, der halt auch auf dem Fahrrad draufsteht und ganz klein bisschen Pflege braucht. Dementsprechend sollte man halt auch an der Vario-Stütze den Service machen und den macht man glaube ich relativ schnell, weil der halt auch zu Funktionseinschränkungen ganz dramatisch führt und es langt keine 10.000, 20.000 Kilometer, sondern da muss man sagen, bei mir ist es so immer so einmal im Jahr muss ich leider an meine SRAM Access RockShox-Komponenten dran. Ist halt einfach so. Jetzt gehen wir mal dahin, wo eigentlich dieses ganze Thema herkommt. Alle 2.000, 20.000 Kilometer, also höher, schneller, weiter, Wartung, kommt aus der Fraktion der Riemenantriebsfahrer. Soweit auch völlig logisch. Natürlich muss man immer wieder sagen, auf YouTube schreiben dann halt auch viele immer nur, ich habe da mal von einem Freund was gehört, halt mal einen Kommentar. Riemenfahren finde ich mega spannend, eine coole Geschichte, wenn es aufs Rad draufpasst. Also ein City-Rad macht das schon mal ganz schön Sinn. Bei einem SUV vielleicht noch in einem gewissen Bereich macht das noch Sinn und, und, und. Da machen die Riemenantriebe einfach ihren coolen Job. Klar, die haben vom Abrollwiderstand, wie er intern läuft, einen ganz kleinen, bisschen höheren Widerstand gegenüber dem Kettenantrieb und natürlich auch vielleicht in manchen Fahrstil Fahrern haben die halt einfach kein Zuhause gefunden. Beim Rennrad ist ein Riemenantrieb nie bis aktuell heute ein Thema. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht kommen, weil er halt einen ganz kleinen, schwereren Lauf hat als jetzt eine Kette und beim Rennrad ist da wirklich so, dass wirklich auf das Mühe geachtet wird und dann macht es halt eine gut gepflegte Kette wirklich mehr Sinn. Aber ich möchte da keine Systeme irgendwo ranstellen. Ich finde die Systeme alle ganz cool. Vielleicht fahre ich auch mal irgendwann den Riemenantrieb. Der hat für mich nur ein, zwei kleine Mangos, wo ich sage, eine Kette ist halt für mich hier auf dem Land, hier Freundestadt, einfach das sinnvollere Antriebskonzept. Kann sein, ich fahre ein zwei Jahrmalen Riemen, deswegen muss ich dann einfach immer meinen Horizont auch in die Richtung offen lassen, aber auch wichtig, alle Kommentare hart unten mal rein, immer ein bisschen reinschreiben, was fahrt ihr, warum fahrt ihr es und vor allem, wo fahrt ihr es, dass man da vielleicht auch ein bisschen einstufen kann, wo der ein oder andere Kommentar hinkommt. An einem Thema, Riemen ist klar, da kommen die vielen Aussagen her mit diesen extrem hohen Wartungszahlen. Wir müssen aber noch eins sagen, wenn man ein Fully hat, wird wahrscheinlich bevor, also ein vollgefedertes Fahrrad, wahrscheinlich bevor der Riemen kommt, euch die Lager um die Ohren fliegen. Also, wenn ihr wirklich ein Fully und SUV-Rad artgerecht bewegt, kommen euch die Lager vorher. Meine Erfahrung ist, beim Fully oder beim SUV kommen beim Mountainbike-Fully kommen die Lager so nach 5.000-6.000 Kilometer, wo man sie wechseln sollte, wenn man sie auch noch rausbekommt aus dem Rahmen vernünftig. Beim SUV sage ich mal so 8.000-10.000 Kilometer maximal, wo ich Lager wechseln würde. Und die Lager würde ich auch niemals fahren bis an die Verschleißgrenze heran, weil A, reiben die sehr schön den Aluminiumrahmen ein, dass eure Löcher nicht mehr rund sind, sondern oval werden, die Lagerschalen, und dann halt auch da halt das ein oder andere Lager nicht mehr rausgeht und das neue auch nicht mehr reingeht. Hm, dumme Geschichte. Deswegen Lager am Fully und oder am SUV, also ob wir ein paar kleine Lager drin sind, die halten wahrscheinlich euch kürzer wie der Riemenantrieb, muss man auch ehrlich sagen. Die kommen viel vorher. Da reden wir dann schon über wahrscheinlich so 5.000 bis maximal 10.000 Kilometer. Ich würde es nicht über Aktien übertreiben, weil ich muss ja aus dem Rahmen noch herausbekommen und bei Carbon ist es noch viel wichtiger, darauf einfach zu achten. Klar, ist ein Sportgerät, das kostet auch ein klein bisschen Geld. Das ist auch völlig logisch. Hingegen, wenn ich sage, ich hole mir einfach ein Hardtail-Tracking-Rad, wo ich nur eine mehr oder weniger leitliche Gabel habe und kaum Federkomponenten, muss ich auch weniger warten. Das ist auch beim Anschaffungsthema vielleicht eine Geschichte. Was für ein Rad hole ich mir, um vielleicht auch da zu schauen, wie viel Wartung kann ich mir nachher vom Hals halten, wie viel Fahrkomfort möchte ich haben, wie viel Spaß möchte ich haben und wie viel Geld möchte ich nachher noch in so ein Fahrrad hineinstecken. Beim Auto ist aber das Gleiche und da motzen wir nicht, wenn die Werkstattrechnung kommt, alle 1, 2, 3 Jahre mit 1, 2, 3 Tausend Euro. Beim Auto ist es halt einfach so. Beim Fahrrad ist es eigentlich genau das Gleiche auch. Da muss man einfach auch auf die Wartung setzen. Uns ist offenbar ein Sportgerät, was die Sache noch viel extremer in die Richtung einfach schiebt. Noch eines, was auch Verschleiß hat, wahrscheinlich vor einem Riemen oder vor 20.000 Kilometern, ist das Thema Reifen. Klar, es gibt Reifen, für das Thema City-Rad, SUV-Rad, Trekking-Rad, die einfach gemacht werden auf eine relativ hohe Verschleißfestigkeit, aber schlechtere Traktion. Klar, wenn einer nur Top-Radwege hat, nur im Sommer fährt, kaum Laub hat, kein Schnee hat, kein Schlamm hat, mag das alles funktionieren, dann halten die Reifen auch mal 10.000 plus durch. Das mag sein. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich bin gefahren, einen SUV-Rad-Reifensatz, der hat 5.000 Kilometer runter, der ist noch relativ gut und fast noch neuwertig, aber noch voll wirklich okay. Natürlich auch mit dem Problem, er hat natürlich weniger Traktionsanteil, eher einen höheren Verschleißfestigkeitsanteil. Hingegen ein Mountainbike-Reifen, ein Downhill-Reifen, wenn ihr euch ein Mountainbike holt und habt ein Downhill-Reifen drauf, gerade den Maxxis Minion DH, dann merkt ihr schnell, dass er einfach schon nach 2.000 Kilometer runtergerieben ist, weil er halt gemacht wurde auf einen hohen Traktionsanteil und eine relativ schlechte Verschleißfestigkeit, also genau gegen an zum SUV oder zum City-Rad-Reifen. Und da muss man einfach auch schauen, eine pauschale Aussage, meine Wartung hält 20.000 Kilometer, das ist einfach nicht machbar, weil es hängen so verdammt viele Faktoren drin, auf die wir alle ein ganz klein bisschen achten müssen. Ich möchte noch zurückkommen zum Thema Riemen, wo ja oftmals diese lange Intervalle hinkommen. Ihr habt einmal eine Schaltung im Motor oder habt eine Schaltung in der Narbe, beides völlig okay, beides cool. Kostende Anschaffung im Regelfall beides ein ganz klein bisschen mehr als eine Kassette, die ich auf mein Rad draufsetze. Thema Preis ist einfach viel höher. Für alle die, die viel Touren fahren, der Riemen trotz allem eine coole Geschichte, aber der Preis ist einfach höher und man muss sich im Klaren sein, dass man das ausgeben möchte. Es hält halt die Idee länger, wobei irgendwann haben die Komponenten auch mal eine Wartung von Nöten und auch ihre Grenzen erreicht. Für mich ist ein bisschen das Haarproblem beim Thema Riemen, da kann man als natürlich gespaltener Meinung sein, das Thema Verschleiß und Neubeschaffung. Wenn so ein Riemen dann doch mal irgendwann durch ist und ich muss einen neuen haben, ist ja quasi wie ein Zahnriemen am Auto, kann man genauso auch gleich vergleichen. Der muss auch nach gewisser Laufleistung einfach runter. Ich muss ihn bestellen, ich kann ihn nicht irgendwo im Bike Shop um die Ecke einfach kurz holen. Bei einer Kette kann ich, da gehe ich in den Bike Shop, hole ich mal eine Kette, mache ich sie drauf und das Thema ist geschwätzt. Genauso auch wie eine Kassette am Kettenantriebssystem bekomme ich im Bike Shop im Regelfall von der Stange und ich kann am nächsten Tag weiterfahren. Bei Riemenantrieben, sowohl bei einer Namenschaltung als auch bei einem Motor mit Getriebe, aber auch Riemen, da muss ich irgendwas bestellen, muss mehrere Tage warten, bis es da ist und dementsprechend bin ich da ein bisschen vorsichtig und ich müsste mir schon den zweiten Riemen vielleicht ans Lager legen, wenn im Falle eines Falles der mal kaputt geht. Ja, ich weiß, die gehen nie kaputt. Nee, irgendwann leiden sie schon mal, weil die haben ja auch eine Alterung, es ist eine Gummimischung drin und man sieht ja auch schon oftmals, wenn die im Auto laufen, dass die einfach auch altern. Das heißt, so ein Riemenkonzept, wenn ich jetzt wirklich nicht so viel fahre und ich fahre es nur im Jahr, meinetwegen meine 2.000, 3.000 Kilometer, dann bin ich nach 5 Jahren vielleicht auch maximal auf 10.000 angekommen und das ist vielleicht auch so ein Riemenkonzept, der Riemen eher kaputt aufgrund der Alterung als vielleicht auch bevor der Verschleiß von so einem Riemen einsetzt. Also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, um auch zu schauen, welcher Gruppe ich oder welchem Fahrertyp ich so einen Riemen eher sehe, so rum und nicht einfach nur pauschal zu sagen, es ist ein cooles Konzept, ich finde es schon cool, gar keine Frage, nur man muss ein bisschen sehen, wo es hingehört und ich sehe so einen Riemenantrieb wirklich eher in der Vielfahrergruppe und in der Fahrergruppe, die halt einfach im Straßenumfeld viel fährt und weniger in den Wald rausgeht, in den Wald spielen geht oder im Wald auch im Alltag von A nach B muss, weil es halt keinen Radweg gibt, sondern der Radweg halt der Forstweg einfach legalerweise auch ist, wie hier im Schwarzwald, auch ganz, ganz wichtig. Ich habe unten die Kommentare rein, was ihr so ein bisschen von diesem Gedanken, mein Fahrrad hat eine Verschleißgrenze von 20.000 Kilometern haltet, viel besser, treibt mal rein, wie ihr es haltet. Aber mit Hintergrund dazu einfach, was seid ihr für ein Fahrertyp, wie oft habt ihr Verschleißreparaturen, fängt bei euch, auch bei mir schon, das Thema Wartung mit dem Putzen an, dass ich einfach da schon mal gewisse Fehler mir vom Hals erhalte und nämlich denkt auch noch an eines, zum Schluss vom aktuellen Video, an das Thema Folgeverschleiß. Ihr könnt euch, wenn ihr am Kettenantrieb nicht diesen durchgehend sauber pflegt und wartet, also die Kette frühzeitig wechselt, bevor er sich allzu arg lenkt und ausschleift. So will Folgeverschleißfehler mit einhandeln, dass es richtig ins Geld geht. Deswegen ist oftmals eine kleine Wartung, die man sich macht, für kleines Geld oftmals günstiger, als bevor ich mir da so eine Riesenrechnung nach mehreren Jahren oder nach vielen Jahren ins Bein nagle und mir eigentlich fast schon ein neues Fahrrad kaufen kann, weil der Folgeverschleiß, was die Komponenten nachgerissen hat, doch riesig, riesig groß war. So, ich habe eine kleine Laberfolge zum Thema eines Kommentarfluts, die mich immer wieder erreicht, aber auch spannend, ein bisschen meiner Sicht Dinge da ein bisschen drauf einzugehen und ein bisschen drauf einzugehen, wie ich auch sowas sehe. Thema Wartung und wie oft muss ich sowas einfach machen. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.